Lang ist es her. Viel Mühe und viel Arbeit. Artenos hat sie zerstört. Deshalb. Was geht und herzlich willkommen zum neuen Format oder besser gesagt zum repeat ich kann kein englisch auf meinem channel und zwar security troll 1 immer noch weil letzte hat ja Artenos den server gelöscht wegen dem update dieses projekt wird vielleicht ein bisschen aktiver laufen als das letzte weil wir auch neue mitglieder dabei haben und zwar in dem part den guten fizzy was geht den lurek der lurek ist auch dabei aber er spielt gerade ein bisschen gta noch nach war jetzt mal und den sebastian alle in der video beschreibung verlinkt da würde ich sagen wir losen noch die biome schnell aus hier sind auch wunderschöne regeln sag mal was ist dein lieb also was wird ein favorit von den biome keine ahnung eigentlich ja schon so so eine normale grüne wiese fläche ja genau meine auch ja da kann man eben am besten einfach drauf bauen aber bald wäre halt auch nicht wert warum verwandelst du dich jetzt schon wieder was ist du kriegst schnee stein stein aber dafür kannst du verdammt gut farmen und das heißt ja nicht dass du direkt in dein dass du nicht dein biome verlassen kannst da baut halt dann haben wir jetzt haben wir noch gras wüste und wald und wir haben für mich wald oh gott keiner hat einfach gras okay jetzt können wir die folge erstmal richtig starten ich kümmer mich dabei mal um den traditionellen scheißhaufen nein oh mein gott ich habe meinen typen geschlagen das überlebt die könnte ich frei angreifen machen sie aber nicht weil es meine freunde sind aber du schlägst sie ich raub dieses ganze arme dorf aus die wollen doch gar nichts rennt einfach rennt einfach wir rennen nicht da vorne hin zu diesem komischen teil da was auch immer das ist hast du alle in diesem dorf mitgenommen der nimmt alle mit das einzige was er hier zurücklässt ist so eine oma ja da konnte ich jetzt nicht für die oma wollte zurückbleiben ach ich bin ja so dumm ich baue stein ach egal ich habe stein mit mit einer axt abgebaut okay so follow me oh nein oh du bist tot ja der ist ja übelst los gesprintet also ich bin jetzt beim sporn ja also guck jetzt gehst du richtung norden da sind ja diese ruinen und dahinter kommen dann so einen wald und da bin ich auf einem hügel also das siehst du eigentlich direkt das mit koppel auch oben was gebaut ach da das wäre das hast du nicht nein oder was scheiße ich kann ihn nicht abhauen ich habe noch nicht genug ich glaube iron oder diamond fast schon oder gold ich habe eine iron picke also ein bisschen essen für mich zufällig ja kann ich auch killen und in die diamond ich bin scheiße ich bin scheiße die gehen alle hoch die gehen alle hoch ist einfach hin und her das müsste frei ziemlich schnell gehen er ist weg oder wie die teile sind ultra selten weiß auch nie was man mit denen machen kann aber ich würde die halt immer sammeln der gibt im resistent ja moin der liegt hier auf dem boden ich habe da eingesammelt warte was geil und war nur geil was ist passiert der liegt hier auf dem boden der ist nicht getroffen ich bin so ein dumm kopf und warum weiter ist nur grab stein es ist meins auch mal jungs er lag genau in dem anderen eck von dem von dem raum wo du bist von dem loch da wirst du jetzt auch nicht wieder oder wenn ich habe mir so ein hübsches eisenschwert was ich dir gar kein pass auf so was kriege ich für den scheißen wert und mein inventar ich hatte alles holz macht alles holz außer schaufeln dann kriegst du dann kriegst du deine holz sachen wieder plus ein eisenschwert ok ja und dann krieg ich noch mein ding es stoppen würde und noch ein eisenschwert für dich dankeschön jetzt töte ich nicht noch ein bisschen spaß das war ein joke ich hätte sie nein hallo tötet die oma doch nicht ja gut dann kriegt auch go home tschüss okay ich gehe jetzt auch mal wieder nach hause zurück ich gehe hinter dir her ich habe keine ahnung was ich jetzt wenigstens das tag das macht alles viel besser oh mein gott da liegt meine eisenschwert hier rum oh mein gott oder ja wir sind so dämlich gestorben beide heute so ein so ein du wirst ja hin und her gebombt wumm nein du lässt meine base da oben in ruhe ja ich nicht und ich brauche nichts anderes oder so auch mann ich komme da nicht mal mehr ich hoffe das wird einfach besser mit den legs du hast meine frau nach hause geschickt man nee du hast irgendjemand nach hause geschickt nee oder du hast irgendjemanden ja du hast die die hälfte meiner leute gejoinkt ja komm kriegst du wieder ja warte mal noch ein follow die abo ist raus wo sind sie hier so geht es dir schon an dieser sein follow me lasst ihr in ruhe da ich mache die grad weg da was er gesagt ich mache aufs der hier schickt da aufstehen hier mann du hast meine lisi weggeschickt du holst jetzt meine lisi wieder aus dem dorf das ist wenigstens laufen sie die jetzt alle wieder der schau ist ja außer sie du willst jetzt lisi erst mal hast du hast du ein bisschen branche maybe ja habe ich auch tatsächlich nicht und ich brauchst du meine kohle ach so ja kohle habe ich auch okay kannst du mir ein bisschen kohle geben wenn du mir meine lisi gebracht hast kriegst du die kohle und warum gehe aus meinem berg raus sonst kriegst du gar nichts trauen sie mich halt hier so ein bisschen reingraben irgendwo muss ja hier kohle sein also sag mal was wird das denn jetzt hier so ein bisschen das ist mein baum darum steht meine bank wenn der weg ist dann ist meine base weg willst du das heute wieder hin bauen also ich werde hier nur hintergangen oder ich brauche das holz du lässt ein holzblock noch darin nein du lässt die anderen beiden holzblöcke hier sonst löst sich das alles auf ich möchte ja nicht sagen dass ich schon verkraftet habe aber ich glaube ich habe schon verkraftet aber ein scroll muss heute noch kommen leute 9 10 11 12 ok 12 so jetzt mache ich so und jetzt baue ich das wieder ab so jetzt habe ich hier was ganz schönes habe ich hier doch mal sowas gehabt so jetzt verkleiden wir das noch schön und betrachten stolz unser werk ich hab dir so ein bisschen so ein nummernschild gebastelt cool oder ich sehe es nicht sehr schön ich sehe es halt nicht dass es genau über mir ist das backbisschen aber ja ich sehe so halb dass es ein richtig fettes plakat über mir hängt das war es dann mit der etwas chaotischen ersten folge von minecraft security trolls ich würde sagen die bugs oder besser gesagt das legen bekommen wir noch den griff ich würde sagen ich verabschiede mich nehmen wir noch schnell von für sie sein grabstein ein bisschen exp mit und bis zum nächsten mal haut rein tschau